Also dann merke ich mir zum Beispiel hier, nach peinlich muss ich direkt reingehen. Also da müssen Sie dann ins eigene Tor gepatzt. Und dann hier sagt er einfach nur, herzlich willkommen Herr Pfaff. Danke, ich möchte einchecken. Genau, sehr gerne. Aber dann gleich wieder. Nicht die Förstenzweifel, lieber ein Zimmer, in dem man bis zum Schluss bleiben darf. Bezahlen soll man bei Ihnen, ja, vorab, habe ich doch gelesen. Genau, und jetzt auswendig? Soll ich Sie mal abfragen? Richtig auswendig? Sie müssen das ja gleich drehen, dann sind Sie vorbereitet. Das kriegen wir eben klar. Genau, und dann ist das nächste Stichwort auf enthalten. Aber die bleiben doch immer. Zack, zack, zack.